Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die Buchstaben eines Wortes ordnen. Ich hoffe du magst es! Cut! Klopfen Pony Viola Tano Zinger Stirn Kimen Kimen Tupfer Verarmt Gärtner Gärtner Stadion Kochen Ekelhaft Rosinen Hi Vorlage Hallo Hallo Kine 學 Kine 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 Draußen Absetzen Spülen Schick Essen Siebzehn Siebzehn Lamm Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!